So, und als nächstes freut uns besonders die Kanzler zum Fahrt Dürrheim begrüßt zur Bühne. Im Zunftmeister auf der Kanzler von Joachim Müller. Nach der Gnarrie! 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 Und die kommen auch mit allem, was sie haben, die etwa in der Gnarrie sind. Sie sind ja schon da. Also das ist auch mal der Narrie, die älteste Regierung und Narrie-Figur. Und den Nachhol der Eberflessigen ist Narrie! 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 Wir haben den Mieter bei uns hier im Dörheim auf einem Fahrerzug mit dem Direktariel auf uns hier dreifachlässiges Nari! 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 Bara! Deine Folge im Dörheim In der Zeit Dörheim Das hier ist ja auch noch mal. Oh! 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 Die Salzhandel, die gibt es seit 1902 Töten und stattdessen haben die 800 bis 1000 kleine Salzsäcke und Schäfer umgelegt. Und um das ganze Estern-Roll vier bis fünf haben wir kleine Glöckchen beschäftigt. Auf die Salzhandel-Roll immer kräftiges Navi! 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 Die Salzhandel! Die Salzhandel! Navi! Navi! Als nächstes die Sieger gegen die Wachter Heim! Navi! 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 Die Sieger sind übrigens für die Fakir-Aufstellung für vier Uhr am Schluss am Umstieg zuständig.